Und jetzt wird es gefährlich. Robert Habeck hat Ricarda Lang und Omid Nouripour abgeräumt, weil er ihnen nicht zugetraut hat, grüne Ideologie massen- und breitenfähig zu verkaufen. Er hat gesagt, diese beiden Leute stehen zu sehr für all das, was die Menschen an den Grünen nicht mögen. Leute, die nie gearbeitet haben, erzählen uns, wie wir unser Leben zu leben haben und sind nicht in der Lage, grüne Ideologie, und die bleibt weiter bestehen, die bleibt weiter bestehen. Robert Habeck ist der Vordenker der grünen Ideologie des Ökosozialismus. Aber Robert Habeck hat gemerkt, wenn Ricarda und Omid den Leuten meine ökosozialistischen Ideen erzählen, dann merken die Leute da draußen, dass ihnen was verboten werden soll, dass sie armer werden, dass sich ihr Leben ändern wird. Also weg mit ihnen. Denn Robert Habeck tut etwas, was Politiker eigentlich gar nicht gerne machen, Fragen beantworten. Und er beantwortet hier gleich zwei Fragen, die ihm gar nicht gestellt worden sind. Zwei unbequeme Fragen, die ihm nicht mal gestellt worden sind, beantwortet Robert Habeck. Die erste Frage wäre, haben Sie Ricarda Lang gekillt? Natürlich traut sich die Kollegin von den Tagesthemen nicht, dem heiligen Robert Habeck diese Frage so hart zu stellen. Deswegen sagt sie, was wollen Sie denn tun, um das Image hier zu verbessern? Und er sagt, Moment einmal, erstmal möchte ich sagen, Politik ist ein undankbares, unbarmherziges Geschäft. Robert Habeck möchte hier, das ist die Übersetzung, klar machen, ich war es, ich habe dafür gesorgt, dass Ricarda und Omid abtreten mussten. Ich habe sie gekillt und ich möchte, dass jeder in der Partei das genau weiß, damit jeder in der Partei versteht, wo die Macht in dieser Partei liegt. Und die liegt bei mir, Robert Habeck. Und dann beantwortet er spektakulär eine Frage, die er seit Wochen so ein bisschen umtänzelt, nämlich die Frage nach der Kanzlerkandidatur. Ohne, dass er darauf angesprochen worden ist, sagt er erst, ich war es, Ricarda und Omid habe ich erledigt. Und dann spricht er über die mögliche Kandidatur, womit er die Kanzlerkandidatur meint, was nichts anderes heißt, als die beiden Inkompetenten sind weg. Jetzt übernehme ich Robert, jetzt beginnt der Wahlkampf und ich möchte Kanzlerkandidat werden. Absolut spektakuläres Interview. Und ich muss es sagen, als einer der schärfsten Kritiker von Robert Habeck, das ist Machtpolitik. Da muss ich das erste Mal sagen, da zeigt Robert Habeck, dass er zumindest in der Politik als Machtpolitiker gut aufgehoben ist. Er ist eine Katastrophe für die deutsche Wirtschaft, er hat keine Ahnung von Wirtschaft, von Industrie, er hat auch keine Ahnung vom Dreisatz. Niemand verrechnet sich so oft und leidenschaftlich wie Robert Habeck. Aber Machtpolitik, das hat er hier gezeigt, das kann er. Ich kann mir vorstellen, dass auch einfach der eine oder andere bei der Grünen Partei die Dämmerung erlebt hat. Denn schauen wir uns das mal an. Im Moment sind 733 Menschen Abgeordnete im Bundestag. Die haben Mitarbeiter, die haben ein tolles Büro in Berlin-Mitte, die haben Mitarbeiter im Wahlkreis. Die werden morgens aus ihrer Altbauwohnung mit dem Fahrdienst in den Bundestag gefahren. Die gehen auf Empfänge und die 11.000 Euro, die jeden Monat kommen, die sind auch jetzt nicht so schlecht. Und nochmal ungefähr fünf Riesen steuerfreie Pauschale oben drauf. Und die Black Mamba, die schwarze Bank hat 101. Klasse. So, und jetzt kann man mal rechnen, die Ampel hat, den Bundestag verkleinert maximal 630 Menschen, 100 Menschen weniger. Die Grünen stehen nicht mehr bei knapp 15 wie bei der Wahl, sondern aktuell bei 9,5. Erstmals seit fast zehn Jahren unter 10 Prozent. Da bleiben nur noch etwa 60 Mandate übrig. Heißt, 60 andere Mandate werden wegfallen. Deren Jobs, deren Privilegien, deren Abendempfänge, deren Tagesthemen, Interviews und dergleichen. Und da wird sich der eine oder andere die Frage gestellt haben, wo bekomme ich eigentlich jetzt die 11.000 Euro her mit meinem Gender Studies Studium, also Versuch im zwölften Semester ohne Abschluss? Wo bekomme ich jetzt die ganzen Privilegien her? Was mache ich eigentlich, wenn das alles schief geht? Und da haben sich offenbar einige zusammengetan und sich überlegt, wer ist die beste Karte, auf die man setzen kann? Omid Nouripour und Riccardo Lang waren es nicht. Und Robert Habeck hat dort, genau wie Julius sagt, den Willen einer politischen Kaste vollstreckt. Riccardo Lang und Omid Nouripour haben sich der absoluten Todsünde in der Politik schuldig gemacht. Sie haben die Macht ihrer Fraktion in Gefahr gebracht durch ihre eigene Inkompetenz, durch ihre eigene Unfähigkeit. Ich muss ehrlich sagen, ich habe seit gestern so ein bisschen tatsächlich den Riccardo Blues, ja, wir haben uns mit Riccardo Lang und all ihren skurrilen Auftritten bei Achtung Reichelt ja viel beschäftigt. Und ich frage mich schon ein bisschen, wer diese gewaltige Lücke, die dort gerissen worden ist, jetzt füllen soll. Mir ist aber noch etwas anderes aufgefallen, was auch viel über linksgrüne Politik und Ideologie sagt. Omid Nouripour und Riccardo Lang waren von Anfang an nichts anderes als Marionetten der wirklich Mächtigen in dieser Partei, das ist vor allem Robert Habeck, vielleicht ist es ein bisschen Annalena Baerbock, es sind auch Leute im Hintergrund, zumindest wie Jürgen Trittin. Und sie waren von Anfang an, und das ist irgendwie so bitter, muss für die beiden auch so bitter sein, einfach wandelnde Quoten Litfaßsäulen. Diese beiden Menschen sind dorthin gesetzt worden, an die Spitze der Grünen Partei, weil sie gemeinschaftlich so ziemlich alles an Quoten erfüllen, was in der Grünen Partei erfüllt sein muss. Migrationshintergrund, Body Positivity, Queer, erste Bisexuelle im Bundestag. Ich dachte, das vergisst du. Nein, nein, das vergesse ich nicht. Eine geoutete bisexuelle Frau. Niemand hat je gesagt oder geglaubt oder gedacht, dass dort die beiden kompetentesten Grünen sitzen. Und die wollten auch einen Frankfurter in der Spitze haben. So, man hat einfach geguckt, wie kriegen wir so viele Randgruppen, Minderheiten, Opferkategorien in dieser links-grünen Ideologie in zwei Personen und die sind dann an der Spitze, weil die verkörpern ja das, was wir sind. Und da hat man die beiden wandelnden Quoten Litfaßsäulen, Omid Nouripour und Ricarda Lang entdeckt. Jetzt ist das Problem, wenn man nicht durch Kompetenz an die Spitze gelangt, sondern durch Quote, dann wird man auch ganz schnell wieder abgeräumt, wenn man nicht mehr gebraucht wird. Wenn man entweder seine Schuldigkeit getan hat oder eben seinen Verantwortung, dem Machterhalt nicht mehr gerecht werden kann. Und Robert Habeck hat gesagt, weg mit den beiden Quotenmenschen, das hat er in den Tagesthemen vollkommen offen zugegeben, die beiden Quotenmenschen gefährden meine Macht, die beiden Quotenmenschen gefährden den Aufstieg des großen Robert Habeck, Operation Habeck im Kanzleramt, weg mit ihnen. Und das sollten unsere Zuschauer, Zuhörer, Zuhörerinnen wissen und verstehen. Die Frage, wird es jetzt besser ohne diese beiden? Nein, es wird jetzt gefährlicher. Denn Robert Habeck schneidet jetzt die grüne Partei vollkommen auf sich zu. Aus der grünen Partei wird, wie unsere Kollegin Pauline Voss heute schreibt, das Bündnis Robert Habeck. Die Parteiführung hat nur noch eine Aufgabe, Wahlkampf für das Bündnis Robert Habeck. Alles bei den Grünen wird jetzt auf Robert Habeck zugeschnitten. Und jetzt wird es gefährlich. Robert Habeck hat Ricarda Lang und Omid Nouripour abgeräumt, weil er ihnen nicht zugetraut hat, grüne Ideologie massen- und breitenfähig zu verkaufen. Er hat gesagt, diese beiden Leute stehen zu sehr für all das, was die Menschen an den Grünen nicht mögen. Leute, die nie gearbeitet haben, erzählen uns, wie wir unser Leben zu leben haben und sind nicht in der Lage, grüne Ideologie, und die bleibt weiter bestehen, die bleibt weiter bestehen. Robert Habeck ist der Vordenker der grünen Ideologie, des Ökosozialismus. Aber Robert Habeck hat gemerkt, wenn Ricarda und Omid den Leuten meine ökosozialistischen Ideen erzählen, dann merken die Leute da draußen, dass ihnen was verboten werden soll, dass sie ärmer werden, dass sich ihr Leben ändern wird. Also weg mit ihnen. Robert Habeck